Von Grafenried Liegenschaften. Wir sind Ihre kompetenten Ansprechpartner für Architektur, Beratung, Bewertung, Bewirtschaftung und für den Verkauf von Immobilien. Mit unseren umfassenden Dienstleistungen im Bereich Liegenschaften unterstützen wir unsere Kunden als unabhängige, vorausschauende und marktorientierte Fachspezialisten. Alles aus einer Hand. Architektur. Wir sind spezialisiert auf Konzepte und Studien, Bauleitungen, Sanierungen, Generalplanungen und Bauherrenvertretungen. Wir realisieren Neubauten und Renovationen und unterstützen Sie vom Baukonzept bis zum fertigen Bauobjekt. Beratung. Unser Beratungsteam steht Ihnen für Bauvorhaben, Analysen, Sanierungskonzepte und Anlagestrategien zur Seite. Bewertung. Wir ermitteln für Sie den Wert Ihrer Liegenschaft. Wir erarbeiten Verkehrswertschätzungen nach objektbezogenen Kriterien und anerkannten Schätzungsmethoden. Bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung von Immobilien können Sie sich auf die Erfahrung und Kompetenz unserer Fachspezialisten verlassen. Wir bewirtschaften und vermieten Geschäftshäuser, Wohnliegenschaften, Stockwerk oder Miteigentum sowie Gewerberäumlichkeiten für private und institutionelle Kunden. Vermittlung. Bei uns finden Sie Ihr Baugrundstück, Ihr Zuhause oder Ihr Anlageobjekt. Unser Engagement ist Ihr Nutzen. Auch bei der Vermittlung von Liegenschaften ist das Erreichen Ihrer Zielsetzung unser Ansporn. Alles aus einer Hand. Von Grafenried Liegenschaften. Weil Vertrauen verbindet.